Götter Zertifikat B1 Prüfung Sprechen Thema Das Leben auf dem Land oder in der Stadt Was denken Sie? Besser das Leben auf dem Land oder in der Stadt? Das Thema meiner Präsentation ist das Leben auf dem Land oder in der Stadt. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Viele Menschen müssen im Leben eine wichtige Entscheidung treffen, wo sie in Zukunft leben werden. Oft kann man das Leben auf dem Land oder in der Stadt wählen. Jetzt geht es um meine persönlichen Erfahrungen. Ich wohne am liebsten in der Stadt. Wichtig sind für mich gute Nähe-Einkauf-Möglichkeiten, kurze Wege zur Arbeit, ein attraktives Freizeitangebot, Kultur und Leben auf der Straße. Ich wohne mit meinem Mann, Mietchen in der Stadt. Jetzt würde ich gerne über die Situation in Armenien sprechen. In meinem Heimatland wohnen am liebsten in der Stadt, wegen kurzer Wege und guter Einkaufsmöglichkeiten. Nun erwähne ich einige Vor- und Nachteile. Vorteile Stadt In der Innenstadt ist alles zu Fuß zu erreichen und es gibt viele gute Einkaufsmöglichkeiten. Die Wege zur Arbeit sind kurzer. Die Jugendlichen können ihre Freizeit interessant verbringen. Wenn die Kinder mal größer werden, gehen sie vielleicht mal gerne in der Disco oder ins Kino. Interessantes Nachtleben Land Die Luft ist sauberer als in der Stadt. Es gibt wenig Lärm. Das Kind ruhiger und ungefährlicher aufwächst. Viele Ruhe, frische Luft, mehr Platz für Kinder und billige Mieten. Nachteile Stadt Man hat mehr Lärm, Autoverkehr, viele Stau, Unfälle und Luftschmutzung. Man zählt höher Mieten. Land Die Jugendlichen haben wenige Erholungsmöglichkeiten. Zum Beispiel, es gibt keine Kinos und selten eine Disco. Keine Geschäfte, Restaurants, Einkaufszentren, Uni, wenige Kulturangebote. Meine Meinung Ich bin persönlich jedoch fest überzeugt, dass ich ein Stadtmensch bin und mir ein Leben auf dem Land nicht vorstellen kann. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.